Ah, man will nicht freiwillig sterben, man ist nicht bescheuert, hier geht als erstes vor, ich komme danach. Ach, der direkte Rübergang ist nicht schwierig, da ist noch ein Safety-Raum, bloß den sollte man nicht unbedingt verlassen. So, vor allem ist die Tür auf. Safety first. Ähm, ich bin mal wieder, ich bin gleich wieder da, tschüss. Ich krieg grad Angst, irgendwie bin ich hier alleine. Nee, ich bin da. Ich bin weg, er steht neben dir. Aber ich geh doch nicht in den Nähte und hör irgendwas da, mich grad voll grunzen und schau mit dem Schwert drauf. Nee, im Moment haben wir nur Spinnis hier. Auch Sticks. So, mein Grabstein, der ist irgendwo da unten. Ich bin noch nicht da, ich seh's nicht. Wie da unten? Da unten irgendwo. Woher bist du denn runtergegangen? Ja, mich hat ein Mob hier runtergeschubst und ich bin zum Glück nicht in die Lava, sondern da unten gelandet. Und dann bin ich beim Anschlissen. Vermutlich, ich soll gleich Steine mitbringen, oder? Nee, hab ich. Komma! Was hast du denn für fiese Viecher? Ja, die Ratten. Die sind nett, ne? Wieso brenne ich? Aua! Ja, weil die einen anschitten. Ah, wieso komm ich hier nicht durch die Tür? So. Drei Härten hab ich noch. Hast du noch Trinken mit? Guck mal, ich hab ja hier noch Werkzeug drin. Schau an. So. Ich hab noch ne Pickaxe. Jetzt kann ich auch kommen, jetzt bin ich vernietert gerüstet. Nein! Tschüss! Verdammt! Aber dein Grabstein ist direkt hier vorne. Den darfst du selber abbauen. Schön in meiner Eisenrüstung weggekocht. So, wo bist du jetzt zu verreckt? Direkt vor der Tür. Ja, das weiß ich selber. Da steht Rohrschneider drauf. Seid ihr aggressiv auf mich? Äh. Doch, geht. Ja, ihr seid aggressiv auf mich. Oh, ich glaub ich hab irgendwas von dir aufgefangen. Hier, deine Hose. Ja. Das Schöne ist, ich seh dich gerade gar nicht, das ist lustig. Was? Ja, das Problem hatte ich eben auch. Aber du kannst einfach rausspeisen. Ich steh quasi vor dir. Ach, der Drag ist auch schon da. Ja. Wenn du jetzt raus gehst, bist du tot. Nur zur Info. Warum? Wo? Weil Spinnen über dir sind. Ach, über mir. Ja, ich glaub, ich hab die mal abgelenkt. Die Spinnen sind schon fies. So. Jetzt müssen wir irgendwie runter doch. Wir müssen da irgendwie runter. Ich komm ja aus jedem Loch raus. Ja. Aua! Jetzt wisst ihr, warum ich so gerne im Lied hab. Ah, warum sind das so viele? Ja, auf jeden wo es du aufhaust kommen seine Brüder, die wohl in der Nähe stehen. Na super. Mhm. Habt ihr genug zu essen? Ja, ich hab noch 20 Säfte. Ja, ich hab hier auch noch... Vielleicht sollte mal einer mit der einfachen Spitzhacke da runter buddeln, nicht ich mit Mama. Der Quarz. Oh, da hinten sind ja Würfeln. Äh, hab ich noch Fackeln hier. Aua. Geh weg. Ne. Keine Fackeln. Ich seh nämlich nix hier. Ey, du bist doch... Du bist doch kein Hupfdohlen. Hupfdohlen? Hupfdohlen. Er hüpft da rum wie so Depp. Hallo Schweinchen. Ach, da ist schon offen. Du bist sauer auf mich. Hallo. Ey, du da unten. Toll, jetzt muss ich hier runterspringen. Ja, man muss runter... Ja, man kann springen. Oh, da unten ist ein Skelett. Ach, da ist auch direkt mein Grabstein. Hallo. Ich verteidige mal die Base hier oben. Die haben doch aneinander eine Waffel. Hallo Imp. So, mein Grabstein. Juhu. Hallo Würfel. Hallo Alk. War ja gar nicht so schwierig, wa? Danke. Du bist auch wie oft gestorben jetzt auf dem Weg hier runter? Ja. Oha. Der muss da mal weg. Kobaltohr. Das kann ich glaube ich nicht abbauen. Au, Glowstone. Glowstone ist gut. Also, Greg hat schon wieder... Wer spielt denn da? Ich habe doch gesagt, ich verteidige. Tschüss. Der ist tot. Nur die Sau. Hau ab. Äh. Wotor? Ich hole mir das aber nicht. Das kannst du vergessen. Wenn du die haben willst, die Training... Ja, ich baue Glowstone ab. Da weiß ich, dass ja da keine Obstböse werden. So, was haben wir denn hier für schöne Erze? Neta, Osmium, Salpeter, Sulfur, Kobalt. Da weiß ich aber, dass ich es nicht abbauen kann. Oh, das Schwein ist gar nicht mehr böse auf mich. Das ist aber nett. Ja. Neta, Quarz. Das bräuchte ich. Wenn du die Treppe da weg machst, dann baue ich das ab und laufe weg. So. Du musst nur die Treppe mal korrigieren. Achso, unsere Treppe. Ja, ich habe mich da einmal verbaut. Wenn du Uran findest, das brauche ich mal. Uah, aua. Hilfe. Wo? Mann, ich bin schon fast, wird er tot. Ich hasse diese Viecher. Genau. Gut. Was haben wir hier? Redstone. Neta, Quarz, da oben. Ich hole mir das jetzt. Au. Man hört es direkt. Da kann ich nämlich noch Schadens auf meinen Schrapp machen. Die dürften ja nur sauer auf mich sein im Moment, ne? Oder ist denen das egal? Also ich weiß nicht, ich habe den Schweinen noch nichts getan. Aber irgendwie habe ich schon eins umhauen müssen. Ah, ich habe jetzt auch Fackeln. Das ist gut. So, dann sieht man hier auch ein bisschen was. Das kann ich alles noch gar nicht abbauen. Und ich bring schon mal ein paar Sachen hier in Sicherheit. Ja, er hat es gelernt. Ja, er hat es gelernt. Er hat es gelernt. Yippie. Ein bisschen was habe ich auch schon eingesammelt. Wer hat was gelernt? Ach, dass man jetzt ab und zu mal zurückgeht und was in irgendeine Kiste schmeißt oder so. Ja, ich bräuchte aber mehr Kisten, glaube ich. Ich gucke mal, ob man aus dem Ghostwood auch eine Kiste bauen kann. Äh, erstmal ein Crafting Table bauen. Hahaha. Oh, das geht. Das ist Holz. Ja, sag das nicht. Ich habe schon, äh... Dreck baut schon wieder eine Festung. Ich möchte hier länger überleben. Ich habe aber noch mal viele Steine. Jetzt lässt mich jetzt runterkauen. Dann hätte ich dich aber in die Lava geschmissen. Mich. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. So, Kohle haben wir jetzt keine, ne? Äh, hier gibt es eine. Hier oben. Ich würde nämlich gerne noch ein paar Fackeln machen. Noch eine? Nee, ich hätte gesagt, es reicht. So, Glas habe ich zwar keins, aber ich hätte, ich hätte Sand dabei. So, ich klopfe noch ein bisschen. Wieso kann ich die Kohle nicht abbauen? Weiß ich nicht. Falsche Spitzhacke, glaube ich. Ähm. Ich habe noch acht Kohle einflicken, sehe ich gerade. Stormbone, das ist die Eisenspitzhacke. Mit der sollte ich das wohl schaffen. So lange hat er mich gerade nicht gehört. Du hast Kohle einstecken, ja. Ja. So. Oh, und da spielt schon wieder einer. Na ja. Du. Ach, die Kohle müssen wir jetzt erst wieder schmelzen, ne? Ja, dafür habe ich ja... Uah! Ey, du spinnst doch. Hau ab. Ey, lass deine Kumpels das nächste Mal draußen. Boah. Tschüss. Immer zünden die mich an. Oh, ein Rosschneider. Bring mal Stein und zwei Quarz bitte mit. Äh, drei. Stein und Zettusquarz, ja? Ja. Ich bin ja eh gerade hier. Jojo, danach habe ich es ja gesagt. Ein paar Steine kannst du auch mitbringen. Ach, muss ich schmelzen. Können wir hier noch ein wenig ausbauen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ganz grob geschätzt, auch ein bisschen Holz. Ein bisschen Kohle kannst du auch mitbringen. So zwei, drei. Äh, ja, ich, warte mal. Äh, Kiste auf. Kohle rein. Kiste zu. Aha, okay. Jo, Kohle. So. Ich mache jetzt noch mehr Kohle. Ha, ich mache Kohle, ich bin reich. So. Wenn das so einfach wäre. Ja. Die ganze Zeit vor dem Ofen stehen. Privat. Oh, aus dem Zeug könnte ich mir auch eine Spitzhacke bauen, aber das brauchen wir mal für Jürgen. Oh, ich habe einen Pfeil. Oh, das sind noch Pfeile. Danke. Ich habe einen Silbernucket. Warum habe ich einen Silbernucket? Weil diese kleinen Viecher Silbernuckets raushauen. Sind Steine? Hier hinten ist noch mehr Kohle, Jürgen. Ja, 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 ja. Ich wollte erstmal nur ein paar für Fackeln haben. Nein, hau ab. Ich muss schon wieder was essen. Das sind aber auch böse Viecher, ne? Richtig nervig. Ja, das sind keine bösen Viecher, das sind blöde Viecher. Nervig vor allem. Ja. Oh, da wird schon wieder gegrummelt. Äh, Rohrschneider, hast du Quarz mitbracht? Ja, ist in der Küste. Aber da kann ich mir nämlich auch, kann ich euch nämlich helfen. Man hätte nur dumm zugucken, wie ihr das macht. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Mit auch Schweinchen ärgern. Sehr schön. Braucht noch jemand fackeln? Äh, ich gerade nicht. Ne. Klopf gerade Restone weg. Wann hast du ja so wenig? Aber wenn ich mich jetzt jedes Mal komplett irgendwo einmauern muss, wenn ich im Nähter irgendwo hin will, dann habe ich aber viel zu tun. Du brauchst so viele Steine, meinst du? Ja. So. Ne, das ist ja nur Base-Safe erst mal am Anfang. Irgendwann ist dir das wurscht. So, hier habe ich den Quarz hier raus. Was ist das? Redstone, kann ich das abbauen mit Eisen? Ja, sehr gut. Wenn nicht, mit Quarz geht's. Du musst aufpassen, könnte ein Copyright draus sein. Das kann natürlich sein. Wer hat wohl ein Copyright, hä? Wenn du ein Wort mehrfach hintereinander benutzt und dies im Sinn sang. Aha, aha, aha. Ich verstehe. Und Kohle, äh, das Wort ist, was er meint. Dann weißt du, von was er redet. Ach so, so, so. Mhm. Aber ich glaube nicht. Du meinst das gesungene Wort Kohle. Mhm. Okay, ich verstehe. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen sortieren. Ich höre doch schon über dein Geeknick. Das Geräusch hasse ich. Dieses Geblubber von Netator geht mir auf den Keks. So. Ach, das Geblubber von Netator finde ich noch angenehm. Besser als das Kiki. Ember-Ohr. Ach. Hört doch mal auf rumzuschreien. Wir tun doch eigentlich gar nichts. Wir sind doch eigentlich ganz lieb. Ja, wir machen euch die Welt schön. Ja, wir machen euch alles. Ja. Weit man nicht so richtig. Schweine kloppen. Gleich siehst du in der Todesanzeige eine Trauermeldung. Der hat einen Goldnugget verloren. Hier ist ein Herzlund. Eisen. Uh, 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 uh. Hallo, Eisen. Hast du mich hier gefunden? Auch Eisen. Nettergold. Alter, brauchst du vier Jahre, bis du den Abbau hast. Nein.